So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Battlefield 3. Und ja, wir stehen wieder hier am Fahrstuhl, denn mir ist ein kleiner Fehler beim Rendern der Folgen passiert. Und zwar ist mir ganz blöderweise ja eine falsche... Ja, ich dachte, ich habe Folgen schon gerendert, die ich noch gar nicht gerendert habe und habe diese gelöscht. Und somit fehlten nun ein paar Folgen, ein paar viele sogar. Etwa fünf bis sechs Stück fehlten mir einfach und deswegen musste ich Battlefield 3 jetzt noch einmal von ganz vorne beginnen. Und ja, jetzt sind wir wieder hier beim Fahrstuhl und jetzt kann das Let's Play hoffentlich reibungslos weitergehen. So, dann sind wir mal gespannt, was uns noch hier auf der Euronext-Börse so alles passiert. Zack, zack, oh, jetzt kommt auch mal her. Ja, man sollte nicht so rumstehen. Mitten im Gang, wo Feinde lauern, das kann dumm ins Auge gehen. Ah, jetzt war schon keiner mehr da. Wow. Da drin ist einer. So, den hatten wir erwischt. Zumindest hat es den Anschein gemacht. So, wo sind da noch welche? Da ganz hinten, aber erstmal wieder nachladen und verstecken. Na, kommt schon. Wow. Wow. Wow, shit. Wo kommt denn der jetzt her? Da weiß man ja gar niemals richtig, wo das hier alles herkommt. Nix gibt mit, er öffnet das Feuer. Gern, die genäht, er wird das Feuer eröffnen. Das sind die Tiere. So, hier wird auch mal gleichzeitig nebenbei richtig aufgeräumt in dem Büro. Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa hier. So, und mal Waffe weg drin für den Spezi da oben. Oh, wow. Hey, heilige Scheiße, wo kam das denn jetzt her? Habe ich mich nicht rechtzeitig geduckt gehabt? Ja, das kann passieren. Dummerweise. Ach, jetzt bin ich wieder hier. So eine verflickste aber auch. So eine verflickste, verfluchte. So, hier, ihr könnt mal schön eine kleine Kugel fressen. So, haben wir jetzt da schon richtig aufgeräumt, oder was? Ne, da steht noch einer. Der will noch mal ordentlich was zwischen die Luke kriegen. Genau wie der Kollege hier. Wir schleichen uns mal von hinten an. So, ich mache mich mal hier durch jetzt. Gucken, ob es hier auch weiter geht. Sodass die im Prinzip von zwei Seiten angegriffen werden. Ja, da versteckst du dann, was? Ha, Granate. Wow. Den hat es zerstückelt gehabt. Ja, das sah nicht so gesund aus. Wow, wo kommt denn der jetzt her? Ach da, direkt gegenüber von uns. Ich dachte schon, das wäre einer von uns. Kriegen wir den auch schon da oben? Jawohl. Somit etwas Fernkampffähigkeiten, wenn man das so nennen darf. Wow. Was kommt der jetzt? Der Acht von da oben. Ja, jetzt haben wir ihn gesehen. Ach, meine Kollegen sind schon wieder ganz schnell, sind mal eben schon da vorgerannt. Mensch Leute, wartet doch. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Eieieiei. So. Ab in die Ecke. Ach, übrigens schönes Waldgrün. Die Farbe ist richtig schön. Eine moderne Farbe. Also von Büroeinrichtung verstehen die ja schon mal etwas, die lieben Freunde. So, mal dahinter was klatschen. Wow. Kacke, das hat jetzt nicht mehr viel gebracht. Scheiße. Was stehe ich auch wie angewurzelt mitten im Türrahmen? So, mal ein Schlückchen nebenbei trinken. Weil sonst eventuell die Stimme nicht mehr das macht, was sie soll. So. Wow. Da kommen aber ganz schön viele an. Ein Wunder, dass der uns noch nicht gesehen hat. So, da kommt noch einer. Ach, nur noch einen Schuss. Ja, wenn man so dumm sich versteckt, da ist einem nicht mehr zu helfen. So, jetzt scheint es noch lang zu gehen. Hey, Kollege. Du bist wohl am Nachladen, wa? Genau wie ich. Ich warte mal, bis er sich wieder zum Laden zurückzieht. Und dann kommen wir aus der Ecke geschossen. Zack. Genau so. Hey, Kollegen. Wow. Wo kommen denn die jetzt her? Die verstecken sich ja ganz feige. Wow. Da ist auch einer drin, oder was? Wow, 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 wow. Wow. Da. Da stund er, stand er, aber nicht lang genug, um zu überleben. Tja. So schnell kann das mal gehen. Ach, der da. Boah, der hat gerade immer eine Granate geworfen. Ja, dieser Spezi. So, den hatten wir aber erwischt. Mit einem gezielten Kopftreffer. Hat er noch einen letzten Schrei von sich gegeben. So, ach. Hier strömt überall das Gas immer noch rein. Okay. Boah, pass auf, dass du nicht ausrutschst. Zwei, eins. Und rein. Ei, 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 ei. Fangen. Boah. Sollen wir jemanden fangen, also? So, der müsste er... Ne, der war noch gar nicht erledigt. Heiliger. Aber jetzt war er erledigt. So, hat er sich jetzt verkrümelt? Oder war er in seinem Stolz gefallen? So, ach, da hinten steht noch einer. Linke Seite, alles klar. Boah, was war das? Ach, du Heiliger. Er ist mir beinahe auf die Rübe gefallen. Boah, Freunde. Freunde. Freunde, 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 Freunde. Der guten Laune hier. Ihr seid mir ein bisschen mies drauf. So. So, der ist auch gleich dran. Ach, ich habe gar keine Munition mehr mit dieser Waffe. Das ist natürlich ärgerlich. Also muss ich die andere hier nehmen. Und da lade ich auch am besten mal nach. So. So, die werden alle erledigt. Und hier ruckelt es schon wieder leicht. Ja, ich habe mir im Prinzip auch schon eine neue Grafikkarte bestellt. Neben meiner RAM-Aufrüstung. Und mal gucken, wie sich die dann machen wird. Das werde ich euch aber noch genau zeigen, welche Grafikkarte sein wird. Ich habe mal vor, da eine Art Unboxing zu machen. Mein erstes in dieser Art. Und ja. Mal schauen, wie das wirkt. Boah. Du Kollege hier. Sag mal. Halt ihn, halt ihn fest. Ich komme schon mit dem schönen Messer. Oder auch ohne Messer. Ja, das Gas tut sein Übriges an dieser Stelle. Da muss man ja nicht seine Klinge blutig machen. So, Kirill. Wir folgen dir. Und wir bräuchten mal eine neue primäre Waffe oder sowas. Ach, der ist schon gefallen. Okay. Da haben unsere beiden Kollegen jetzt aber eine ganz schöne Arbeit geleistet. Heiliger Scheiße. Fällt aber auch alles runter, dass sie nicht gut befestigt wurden. Siehst du ihn? Sehe ich ihn? Scheiß Bullen hier an dieser Stelle. Die knallen wir mal ganz flugs ab. Ach, da ist Kirill. Den sollten wir nicht abschießen. So, ach, der Heli. Der Polizeiheli ist auch schon unterwegs. Ja, dann wird es ja lustig. So, zwei Polizisten haben wir schon erfolgreich abgemerzelt. Wow. So, wieder zwei weniger. Wow. Ach, du Scheiße. Hier geht es ja ganz schön ab. Polizei, dein Freund und Helfer. Die machen ja alles kaputt. Ach, der war noch immer nicht. Sag mal. Haben die gut wie sichere Westen in den Westen? Oder was? So, mal in Deckung gehen ganz kurz. Und ein bisschen Regeneration erfahren. Das sieht aus wie der von Skyrim irgendwie. Wo sind die Polizisten? Da versteckt sich jemand hinter so einem Roller. Und wieder Bullen. Wow. Ich nehme sie aber auf gar kein Ende. Alles frei habt ihr die schon erledigt? Das ging ja jetzt schnell. Wow. Wow, shit. Halt, lass mich mit verstecken. Ich will hier raus. Nein, ich kann nicht. Muss ich mich irgendwo hier verstecken? Ach, da oben steht da. So, das MG hätten wir abgeknallt. So, war es das schon jetzt, oder was? Ach, da. Du entkommst uns nicht. Kollege. Was? Nein. Ach, du Scheiße. Nein. Unser Kollege. Kirill. Tu doch was. Fuck. Fuck. Scheiße. Scheiße. Den können wir doch nicht hier so liegen. Nein, Scheiße. Scheiße. Der lebt nicht mehr. Dima wird gerade zur Wildsau. Ruhe in Frieden, mein Kamerad. So, und ich werde jetzt hier zur verrückten Wildsau. Wir gehen jetzt diesen Kerl uns schnappen. Das hat er verdient. Zack. Komm schon. Den kriegen wir doch. Wäre doch ein Witz, wenn nicht. Da. Fangen. Fangen. quer durchs Kreuz. Wow. Quer durchs Kreuzfeuer hier. Au. Ach, die Geldscheine, die hätte ich gerne noch mitgenommen, aber... Erstmal will ich meinen Kumpel rächen. Du dummes Schwein. Dich kriegen wir. Denk bloß nicht, dass es das gewesen ist. Wow. Wow. Du dummer Idiot. Ich renne dir jetzt hier hinterher, auch wenn ich draufgehe dabei. Du dummer Idiot. Au. Ich renne dir jetzt hier.